Ich habe gerade eben die Polizier lokal angerufen, der 29.08.2019. Interessiert ihr aber auch nicht wirklich. Warum auch? Guckt euch das an, da steht ihr wieder komplett in der Wenkel. Das ist ja echt. Das kann es doch nicht angehen. Und kein interessiert es. Guckt euch das an, das ist doch unbeschreiblich oder was. Vor zwei Tagen waren die Servicetechniker gestern um halb neun wieder die Explosion. Und das ist alles von Arsch hier. Guckt euch das an, das gibt es doch nicht.